So, warte, ich suche aus. LOL. LOL! Oh, kacke. Du bist von Hyperion? Ich habe gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen... Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kack-Bass! Scooter. Catch a ride. Yeah. Da hängt mich einer mit dem Kopf nach unten an einem Telefonmast, überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Aunts. Ach, du bist kein Hyperion-Roboter, du bist ein Kammerjäger. Nee, ich bin deine Mutter, siehst du das nicht? Klinge ich die Sniper? Das du unten nimmst, du auch. Okay. Ich mag keine Handfeuerwaffen. Ja, äh, Julian, kommst du? Ja, ja. Ich habe gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwenden würde, sollte ich Plan B einleiten. Kriege ich einen? Oh, boah. Plan, verwandle dich die Stadt in eine großartige schwebende Festung. Hahaha. B. Ich habe hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Danke. Hä? Wo fliegt das Zeug denn? Ich glaube, das ist doch immer wegen Materialien oder was? Das wagt durch die Welt. Puh. Da haben wir schon ein paar Mal ein ziemlich Problem. Ja, dadurch habe ich mein gutes Equip verloren. Weil ich meinte, das zu meinem ganzen Equip zu zeigen. Flatsch! Deutem Mond! Da! Hahaha. Das habe ich nicht aufgepasst. Tut mir übrigens nicht leid. Solltest du dir auch leid tun. Ah, was haben wir denn hier. Ich habe jetzt bessere Waffen. Kannst du beide haben, wenn du willst. Äh. Warte, 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 warte. Ja, die ist gut. Schauen wir in das Stadtzentrum und schließen diese Treibstoffzellen an die... Stadtzentrum. Oh, du, 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 du. Du, 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 du. Wow, wow. Du, 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 du. Wow. Ich nutze die letzte Zelle in Earls Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Nehme ich ja schon. Scheiße, Mann. Ich habe in meiner Wagen gefressen. Ja, den ganzen Wagen. Einfach so. Mit deiner Gabel. Wir beten von Sensory. Wie ich hörte, ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen. Liefert ihn einfach an dich aus, dann werdet ihr belohnt. Keine Sorge, niemand wird dich ausliefern. Du bist unsere einzige Chance, Jack aufzuhalten. Aha. Sind wir nicht vier Leute? Okay, drei. Äh, Julian, komm mal her. Ja. Bleib stehen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Standard-Exkursion, ne? Ah, das höre. Ja, Kleidmoment bitte. Pfiu. Pfiu. Weil ich sollte die eigentlich verkaufen. Das wäre vielleicht sinnvoller. Wenn ich mal ein bisschen Kohle reinkriege hier. Das ist aber gar kein Sniper, wenn du willst. Ne, das sind die ganz... Guck mal, wie die Sniper schießen. Das ist doch keine Sniper, Mann. Das ist ein Maschinengewehr. Ja. Wow. Such doch einfach eine Explosionswaffe, dann soll sich einer von uns die ganze Zeit umbringen und dann lebst du den Weg, dann kriegst du mal 100 Punkte. So, ich komme da wieder rein. Nö, kann's weg, glaube ich. Ich komme rein. Naja, naja, nein. Und Hauptdurchgestellte Waffen. Natürlich. Achja, du, Epic, du wolltest man da Waffe geben, ne? Ja, natürlich, ja, hier, hol dir, bedien dich. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die... Die. Nur, falls jemand fragt, ist das kein Cheaten, das darf man. Also, das Schild, ich nehme das da unten, weil... Ja, genau, den hätte ich gebraucht. Das war, ich hab, das war in allen Punkten besser als meins. Ja, bei mir auch. Dann kannst du... Das backt wieder weg, ey. Oh, nee, oder? Oh, doch, oder? Nee, aber mal mit. Ah, ich wollte dir ja noch eine Sniper geben, die hat jetzt aber Dennis aufgenommen, ne? Ja, die kannst du noch keine. Dann kriegst du diese... Warte, 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 warte. Hahaha, allein beim Anfassen sind mir zwei Finger weggefault. Und ich akzeptiere nur Aridium. Cash ist was für Clouds. Wir haben uns nie gesehen. Und komm nie wieder. Und komm nie wieder? Willst du nicht mehr ne Kohle haben? Äh, wer war jetzt was? Nichts hier was fallen lassen. Die ist ja scheiße gewesen. Krieg ich ein, den Rechen? Ähm, ja. Dragon Guardization, wir unterstützen euch im Kampf. Innerfall. Hahaha. Quickscope. Egal, getroffen. Ähm. Geht's dann langsam weiter? Wir schillen hier eigentlich nur in der Gegend rum. Das ist übelst langweilig. Ja, weil wir auf mich gewartet haben. Ja, natürlich. Trotzdem übelst langweilig. Miii. Alter, alter. Hör mal, wie schnell die Schlotflinde schießt. Verstehen? Okay, lass uns Tentuary in ne fliegende Stadt verwandeln. Äh, Julian, guck. Was ist das denn? Was hat der denn die alle für Lacken, ey? Was ist denn die Waffe hier, Junge? Die hast du doch gecheatet. Nein. Ey. Ähm, doch. Oh. Oder auch nicht. Mist. Jetzt müssen wir Roland wirklich finden. Weißt du was? Wir gehen zu Roland's Haus. Vielleicht hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Ja, mit Sicherheit. Zufällig. Roland hat eine Nachricht für dich da gelassen. Was ein Zufall, hä? Ja, aber... Ganz, ja, was für ein Zufall. Äh, Dustin, willst du ne Sniper? Nö. Ich hab ne gute. Ich hab ne bessere. Achtung! Ich weiß nicht, dass du eine noch doppelt so schnell schießt wie deine. Äh, das interessiert mich nicht, meine klappt den höchsten Schauen rein. Hey, Soldat. Wenn du dies hörst, stell dir zum Schwierigkeiten. Oh, was. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt, Scheiße, dem ganzen Planeten und Handsome Jacks Armee steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Safe hinterlegt. Du kannst ihn nutzen, um alles, was du willst, darin aufzubewahren. Dies ist jetzt dein Zuhause. Viel Glück. Ja. Roland. Roland. Roland, Roland, Roland. Und hier sind keine Waffen von mir, okay? Doch. Nee. Hier spricht der Firehawk. Komm zum Frostburn Canyon oder Leute werden sterben. Das war mal, äh... ... ... Oh, kacke! Wenn der Firehawk ihn hat, steckt Roland mächtig in der Scheiße. Du musst zum Frostburn Canyon und seinen Arsch retten. Wenn der Firehawk ihn gefangen hält, ist Roland in großer Gefahr. Du bist der Einzige, der Jack stoppen kann. Aber Roland ist der Mann mit dem Plan, sozusagen. Er weiß, wie man Hyperion am besten angreift. Ja, ich würde mal sagen... ...lass uns mal dahin gehen. Willst du die Sniper haben, Julian? Welche Sniper? So eine kleine Noobs-Sniper. Malivahn, Malivahn, Malivahn. Gerne. Bitteschön. Ich mag sie nicht. So eine ist das. Hm, cool. Na okay, lass mal loslegen hier. Hau rein, Digga. Jetzt macht das Spiel viel mehr Spaß, finde ich. Ein bisschen cheaten, dann geht er... Was liegt denn hier? Dustin. Was? Das ist Dasins Verbleib. Wie, was mein Verbleib? Ich hab ein Schild gefunden. Ich hab ein Schild mit gelben... ...die ist sogar noch stärker. Alter, jetzt bin ich hier so langsam wie Dustin vorhin, dieser Behinderung. Gut, dann nehm ich die wieder. Nee, 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 nee. Das ist eine Cheater-Waffe, die will ich nicht haben. So. Ich hab ein... Loll. Hä? Das ist doch keine Cheater-Waffe. Die hier doch. Ja, Raff, das ist natürlich so ganz mit dem Unterschied zwischen Cheaten und Modding und sogar weiter. Die so gemoddet sogar einen Fehler hat. Die lebt nicht Mariti nach. Gib mir die andere Waffe wieder. Gib mir die wieder. Ach, die Waffe, ja. Die war falsch gemoddet. Jetzt bin ich so langsam. Aber ich hab ein gutes Schild. Ich wollte kurz sagen, ein Schild kannst du wegschmeißen. Das ist total verraschend. Ich hab ein Schild mit grünen Zacken an der Seite. Wir pimmeln hier zu viel. Ho, ho, ho. Nini, nini, nini. Also, ich weiß, es werden eh 500 Parts, aber muss es ja nicht unbedingt künstlich in die Länge ziehen. Wenn die schießt. Ja, übrigens ist Flardorf halt. Das ist normal bei der. Flardorf. Ho, ho. Ich hab da Erfahrung mit der Waffe. Aber die Waffe, die steht doch nicht standardmäßig so schnell. Keine Ahnung. Also, ich hab die aus der Box gekriegt. Aus der Kiste. Alter, hatten die viele Feuergrade, Mann. Das ist normal. Stell dir mal vor, du hast noch Schussgeschwindigkeit drauf. Das ist ne Tidore, ne? Komm zum neuen und verbesserten Catch-a-Ride. Jetzt mit 47% mehr als 46% Todesfälle pro Jahr. Das ist ein ganzes Glück. Kein Applaus, bitte. Jemand verlängst? Ha, ha. Ja, den Fahrtmann leuchtet. Gib Gas. Alter. Drück drauf, Irni. Ja, drück drauf, Irni. Gib Feuer Gas. Ich will mein Baditen-Fachzeug wieder. Alter, was? Driftest du hier wie die... Nee. Ist geil, oder? Nee. Wie machst du das denn, Alter? Wie weißt du nicht? Nö, ich weiß nicht, wie man driftet. Mit G. Mit G? Sehr gut belegt, ne? Bisschen. Ich muss lieber auf Leiterste machen. Du bist ein Spasti, ey. Soll ich da jetzt rüberkommen, Affenkopf? Okay, ich war jetzt vielleicht ein bisschen suboptimal. Nein! Gut. Jetzt kommt mal so Bullimanks aus den Wandanussen. Komm rein. Komm rein, du Affe. Scheiße, Mann. Ja, wir waren hier aber schon mal anders. Wollt ihr vielleicht lieber aufnehmen? Wieso denn? Ja, bei euch ist es mit Sicherheit etwas interessanter als bei mir hier. Oh, wow. Wow. Ja, auf damit zu treffen. Du kannst das nicht. Ja, wie? Ich kann das nicht. Ja, du kannst das nicht. Sicher? Ja, natürlich. Ja, wollen wir sehen. Brauchst du nicht ausprobieren. Das denn? Ich weiß, ich bin ein bester Helikopterpilot. Ja, ich bin übrigens auch bester Bootfahrer. Ja, das bin ich auch. Instant ausgestiegen. Ich gehe hier schon wieder ab. Gut, dass ich gerade nur Feuerwaffen ausgerüstet habe. Ja, das ist immer... Gut, dass ich eine Jacobs habe. Eine was? Eine Jacobs. Man, das war gerade so schön.